Der erste wichtige Punkt ist eine angepasste Trainingserfahrung. Ein firmeninternes Scrum-Training kann wirklich angepasst werden, um auf die speziellen Herausforderungen und auch Bedürfnisse Ihrer Organisation darauf einzugehen. Jetzt im Gegensatz zu öffentlichen Trainings, die einen One-Size-Fits-All-Ansatz haben, sie müssen letztendlich so sein, aber diesen Ansatz haben, kann eben dieses firmeninterne Training genau auf Ihren Kontext von Ihrer Industrie, im Business-Umfeld oder auch Ihren Team-Dynamiken darauf eingehen. Letztendlich bedeutet das, dass das Training, auch resultierendes Coaching und Consulting, direkt an die Herausforderungen Ihrer Firma, Prozesse und letztendlich auch Ziele, angepasst werden kann. Und das führt zu einer wesentlich tiefgehenden Trainingserfahrung. Anhaltende Kaushal.